Ich möchte Ihnen jetzt ein Jugendbuch vorstellen, was man aber durchaus auch als Erwachsener lesen kann. Und es ist auch rein optisch, wie Sie sehen, sehr ansprechend gestaltet und auch illustriert. Die Schauplätze des Buches sind in Schwarz-Weiß-Illustrationen dann so untermalt. Jetzt hat mir das passende Wort gefehlt. Wieso möchte ich Ihnen dieses Buch vorstellen? Wie ist das zu mir gekommen? Die Autorin Kerstin Wacker hat bei uns sich gemeldet, hat eine Mail geschrieben, hat über ihr neues Buch berichtet und dass sie eben gerne Lesung machen würde für Schulklassen, also so 8., 9., 10. Klasse ungefähr, haben wir auch organisiert. Also am 21. April wird sie dann hier sein, morgens um 10. und vor zwei 9. Klassen aus diesem Buch lesen. Kerstin Wacker hat mit, oder schreibt immer mit Henrik Hitzbleck zusammen. Sie haben auch gemeinsam diesen Verlag gegründet. Und es geht hier um die 14-jährige Amra und dieses Buch ist das dritte Buch in einer Reihe um Amra. Und hier geht es eben um obdachlose Jugendliche oder Straßenkinder. Die sind ja nicht unbedingt obdachlos. Die haben ja oft ein Zuhause, möchten da aber nicht wohnen. Deswegen leben sie lieber auf der Straße. Und die Amra geht eines Tages in Charlottenburg im Park spazieren mit ihrer Mutter. Und sie finden dort Koko. Koko sieht schon ziemlich verwahrlost aus und man sieht ihr an, dass sie eigentlich hilfebedürftig ist. Amras Mutter geht hin zu ihr, unterhält sich mit ihr und bietet ihr dann an, dass sie bei ihr zu Hause duschen kann. Und Amra ist empört. Wie kannst du die einladen zu uns nach Hause? Die in unserem Badezimmer, das geht nicht. Du musst dir hinterher alles desinfizieren, das ist doch eklig. Also regt sich unglaublich auf. Aber Koko kommt und okkupiert das Badezimmer fast einen ganzen Tag lang. Gott sei Dank gibt es ja noch ein Gästeklo. Und ja, Amra erzählt das dann ihrer besten Freundin. Das ist Luise. Und irgendwann ist dann halt die Koko wieder weg und vergisst aber ihr Tagebuch. Man weiß nicht, vergisst sie es absichtlich. Jedenfalls bleibt es liegen. Und Amra und Luise lesen das dann. Haben sie aber geschworen, sie lesen es nur gemeinsam und nähern sich eben Stück für Stück der Koko an und erfahren ganz viel über sie und versuchen sie zu finden in der Großstadt und lernen dann auf diese Art und Weise auch Organisationen kennen wie zum Beispiel die Streetworker, die mit solchen Menschen arbeiten oder sie gehen zur Vermisstenstelle und schreiben dann auch eine Reportage für die Schülerzeitungen und nähern sich eben diesem Thema und merken, dass das nämlich alles gar nicht so ohne ist. Also in Berlin leben 2500 obdachlose Straßenkinder und deutschlandweit ungefähr 37.000. Und wieso ist das so? Warum kommt es überhaupt so weit? Und sie machen sich viele Gedanken um dieses Mädchen und versuchen sie zu finden und ihr zu helfen. Also es ist teilweise so ein bisschen naiv auch formuliert, aber es passt auch wieder. Denn mit 14 denkt man eben teilweise auch noch so und sieht die Welt ein bisschen anders. Aber es ist auch aus der Sicht des Erwachsenen sehr interessant, sich da mal reinzudenken und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also wie gesagt, auch für Sie eine Empfehlung auf jeden Fall und ich bin gespannt, wie die Schülerinnen und Schüler das dann aufnehmen, das Buch. Ob die dann überhaupt darüber diskutieren, also bin ich sehr gespannt.